Kiri, Mensch, dritter Platz, im Einer, sensationell, oder? Ich freue mich auf jeden Fall, ja. Also, ich habe gehört, einmal im Jahr, welche Weltcup-Medaille ist dein Ziel, das hast du damit ja schon mal erreicht. Also das Ziel ist natürlich, bei jedem Weltcup eine Medaille zu holen, aber ich habe es in den letzten Jahren immer wieder bei einem Weltcup geschafft, eine Medaille zu holen und bin deswegen jetzt auch ziemlich glücklich, dass es auch wieder geklappt hat. Das heißt, mit voller Motivation Richtung EM? Genau. Da wird es zwar wahrscheinlich der Zweier werden, mit Holzi zusammen, aber auch da freue ich mich sehr drauf. Und ich denke, auch da ist eine Medaille drin und es wird schön. Dazu viel Erfolg. Danke.